Schubladen sind seitlich. Ich weiß noch nicht so ganz. Richtet die sich immer in die gleiche Richtung aus? Zwei Seiten mit Schubladen, die anderen zwei Seiten mit Werkzeug. Das ist jetzt doof, aber was willst du machen? Jetzt muss ich gerade mal was schauen. Ja, der Kessel war das, was ich wollte. Das ist hier Perfektionente. War mir nur nicht mehr sicher, weil die Textur so anders ist. Ich glaube, ich brauche noch einen. Wie macht man denn nochmal einen Kessel? Ich habe die abgebaut gehabt. Ich glaube aus Eisenbahn. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich frage schon wie. Versuch mal so einen Pierre-Eck-Morat auf der Seite zu finden. Ist so, hast du recht gehabt. War richtig. So, jetzt haben wir hier ein Doppeltwaschbecken. Ja, ich muss mir wieder eine Axt machen. Ich weiß es, ich weiß es. So, mal schauen, ob es auf der Texture Pack das noch gibt. Aber ich glaube nicht. Das sind nur diese zwei Hochformat-Dinger. Ja, ich meine früher auf diesem Texture Pack gab es mal eine Kühlschranktür. Scheint es aber nicht mehr zu geben. Naja, egal. Wenn jemand fragt, das ist ein Side-by-Side-Kühlschrank. So, hier kommt dann gleich noch Wasser rein. Und dann haben wir doch schon mal einen schönen Küchenbereich. Jetzt muss ich überlegen. Gesundheit. Ja, das war zwar jetzt nicht das, was ich machen wollte. Wir füllen jetzt erstmal wieder die Öfen mit Kohle. Dass die auch betriebsbereit sind. Das ist doch. Okay. Ja, ich mach mir eine Axt. Ihr habt gewonnen. Ich hab wieder hier mehr Eisen für Äxte verschwendet als sonst was. So, wie sieht das aus, wenn ich die ganz oben hin mache. Und dann damit. Ja, doch, ich glaub das kann man so lassen sogar. Zur Not könnte man dann auch eine doppelte hier über den Kühlschrank machen. Ja doch, das machen wir so. Machen wir die eine gleich noch. Da kommt jetzt auch erstmal die restliche Kohle rein, die ich noch hab. Und wenn wir schon hier oben sind, tun wir noch die Terrasse absichern. Und auch hier gleich den Balkon. Dann ist das auch direkt erledigt. Ja. 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 Ja, dann haben wir hier auch ein bisschen Licht. Hierzu. Hierzu. Dachte grad hier drin liegt immer noch Schnee. Lass uns. Wird's schon wieder dunkel. Ich muss nicht unbedingt. Ja doch, gehen wir dann. Wird's hell. Es ist noch nicht spät genug. Jetzt hat... Also irgendwie gibt's keine schönen Gemälde mehr, finde ich. Auf dem Texture zumindest. Ja, dann halt nicht, ne? So, wie geht's denn weiter? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt muss ich kurz Tante Google was fragen. Und doch, eine Steinstufe war richtig. Und dann brauchen wir Stickies. Wieso sind denn Stickies bei mir so eine Mangelware? Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Hä, das ist jetzt doch falsch gemacht. Ja, natürlich. Googelt man schon und ist alles zu doof dafür. Hä? Das sollte doch jetzt eigentlich ein Rüstungsständer werden. Oder funktioniert das nicht? Eine Steinstufe und Stickies. Was. Nimm. Ok. Wie ihr wollt? Das macht jemanden. Wie ihr wollt? Wie ihr wollt? Ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Jetzt stammt eine Steinstufe und die Strecke, bin ich jetzt behindert? Ein Rüstungsständer. Laut Google oben drei Stickies, in der Mitte einer, links und rechts einer und in der Mitte eine Steinstufe. Ich hab's gleich. 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 Er wird mir auch unter Rezepte hier nicht angezeigt.